so hallo und herzlich willkommen zurück zu hunkai impact world ich habe übrigens paar coole nachrichten jetzt mal abgesehen davon dass ich 45 punkte ja abgesehen davon dass ich den ganzen verdammten was wissen jetzt märz ist doch verarsche ich dachte ich hätte alle 28 tage mitgenommen sinnlos ok nein ich habe mir sagen lassen bis auf red habe ich gesehen dass das spiel wohl vielleicht bald auch für europa nordamerica in app store kommt also dass ich quasi alle leute die hier schon mal anzugucken oder so dass auch mal zocken wollen dass dann sich auch jemand runde gönnen können mal gucken werde ich auf jeden fall auf den laufenden halten zu dem zeitpunkt wo die folge rauskommt ist sowieso viel teil vergangen aber egal so wir müssen wir die story machen habe ich gesagt sozusagen so 23 story dinger könnte schon sein wenig einfach mal los bekommen wir bekommen ich bin fast ein bisschen schade dass das spiel jetzt schon vielleicht bald verfügbar ist weil nur so von der sache ja 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 ich auch nur so von wenigen gewesen die es gespielt hätten so titan mecher ok 25 combo schaffe ich glaube ich und komm schon ok damit euch hier kommen befeuern das war das denn jetzt das wäre schon die 25 combo gewesen naja geil egal weiter geht's wir können es noch schaffen wir packen wir auch schon mal ja 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 oh leute ich bin reingelaufen und instant schaden heilige fall ok egal hier kommen dass ich mich probieren klatsch geht weiter so lassen jetzt kommt schöner boss nicht gut wie soll ich denn hier in so einem trubel 25 combo schaffen nein was ist denn jetzt ist das sinnlos hier ich nehme dich dafür man hier kommen muss ich wieder gesetzt ich hoffe es nicht gesetzt sich in so schnell zurück und wieso bin ich so absolut ich nehme mal solche kommen noch was bringt mir zwar jetzt schief mit ein aber naja schade drum naja kann man nicht ändern aus irgendeinem grund hat hier vor zweit angegriffen das wird kommen auf jeden fall gewesen fucking bullshit ja fünf juw nicht mitgenommen sagt noch mal naja ist ebenso können wir nichts machen so direkt die erste mission hoch was ist das denn da für ein symbol ok zeigt es mir gerade noch nicht ist egal kommt hier mit wünschen so gehen bin ich ja gespannt was die mission gleich macht buch sind alle drin heißt ich kann jetzt über jede kontrolle nehmen scheint so kommen schon die 25 combo ist möglich und kommt 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 ja wohl 25 combo ja es ist cool und einkämpfen kann drückte mal drücken soll kommen dann kann ich auch einfach weiter mal spielen wenn die jahre sind dass ihre holz raus knallen welch da keine kontrolle drüber habe mehr gegner geht doch das war mal ein cooles konzept auf jeden fall ich mache quasi eine und folgen und dann geht es weiter und ja da hat man zu ihr ja geht gut ab so was kommt jetzt ok jetzt können wir schon zu viert hier und weiter jetzt kommen hier und gibt ihm hart obwohl ich lieber versuchen würde mit meinen auch ein bisschen die punkte zu fahren ok komm ich nehme die jetzt komm drück mal euch ja geil 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 die mission hat mal gefetzt das war mal richtig geil so einzukämpfen fett wieso machen wir es nicht naja öfter zumindest öfter wäre es ganz cool somit ein drei kämpfen kann das war nice level up für sie das ist gut auch meine stimme was soll ja 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 jetzt mit sich auch so was war es gut hast dich reingeschissen machen wir noch die nächste und danach kann ich eigentlich schon wieder schon wieder einsammeln was so ein zusammeln ist ok wieder ein bisschen sinnlos quatsche geht los hoch natürlich erst mal so ein grüßungs viel runter so spieler 25 kombo komm schon nach voll ok haben wir schon ich glaube ich werde einmal ach komm ich werde nicht so weiter dann gucken wie viele hitze ich hoffe jetzt hat es gerade nicht ok so ich nehme meine ziel um da auch die ult zu füllen sollte nicht allzu lange dauern solche easy evade macht da gar nichts mehr dann habe ich ja auch schon wieder komplett weggeprügelt easy ausgeglichen man verarsche meine hit combo sie ist weg ok nochmal alles durch ok ich nehme dich mit der ult so verprügelt den geil ja der macht das nicht lange fuck was jetzt los ich habe mich halt betäubt ich höre dich ja jawohl ne du bist ja gar nicht gut gegen den ähm bist du gut ah eh er weicht aus komm ich einfach dich bam jawoll ok komm ich mach nochmal die ult ich habe mich einfach nur noch oh der verbrüht mich heute noch 30 Sekunden dann kann ich dich selbst klären aber muss ich selbst klären komm nein was tut ihr ok haben wir geschafft alles alles geschafft alles kein problem ok verdammte misstmecher ja kein problem 223 hätte nicht besser laufen können und schwere lustige bug reicht das schon für ein level up ok das hat nur 7 ep gebracht ist ja fast gar nichts so ich den kann ich auch adden einfach why the fuck not 305 328 das heißt wenn ich jetzt noch mal in der base eine mission mache habe ich eigentlich schon alles rein warte wir können noch mal supplies machen ich tue hier ja eigentlich so gut wie gang sammeln glaube ich aber trotzdem so hier wie oft kann ich 3 mal ok komm wir machen 3 mal 3 mal supplies droppen bitte sehnscherbe ist das ok verkaufen toll finde ich irgendwie nicht so nice ok hier müssen noch einsammeln hier einmal klein zweimal klein mit 23 23 22 nice hier noch ein bisschen ep und den mission haben wir auch noch an das event naja egal was ist hauptsache eingesammelt so kann ich auch noch irgendwas einsammeln ja gut das war es noch schon ja ne würde ich sagen wir gehen jetzt einfach nur in die base suchen uns nächste mission raus wo ich noch mal irgendwas leben kann ich glaube schon fast ja nicht ok das kann ich schon mal leben da habe ich dann beim nächsten mal schon mal einen größeren chor ne größeres mission center meine ich so was ein ganzes sachen wird sich hier brauchen leute ist so gut wie dasselbe deswegen komm mach mal das hier ich brauche eine mai gut hat sich schon erledigt geil mach mal die mission und dort haben wir für die folge erst wieder als abgeschlossen was so abzuschließen ist ne ja die folge war nicht ganz lang geworden aber muss nicht geschlecht das sein sehen wir uns den nächsten part wenn ich dann noch ein paar missionen mehr mache ich frage mich wann die station rum ist aber egal bis nächsten part und bis dahin 2 4 5 5 5 1